Maria, die Jungfrau von Nazareth, ist ganz allein auserwählt. Zu tragen das göttliche Kindelein, das aller Weltretter wird sein. Maria, du bist ja voll der Gnabt und deines Herren ein würdige Magd. Mit Josef musst du nach Idli hingehen, dort soll ja das Wunder geschehen. Du wirst uns gebären, den göttlichen Sohn, die ganze Welt wartet schon. Wacht auf, ihr Menschen, es kommt die Zeit. Schwert auf eure Tore und Herzen weit.